Das Hotel Comfort Inn und Suites Lax Airport liegt in England in Kalifornien. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Insgesamt haben fünf Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt drei von sechs Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur fünf Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,5 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,8 von 6 Sonnen. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 2,8 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Service. Einige Gäste sind mit dem Service unzufrieden und bewerten das Hotel in diesem Punkt mit. Durchschnittlich 2,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.